Pasquale Mizzitanos Offroad-Touren erfüllen den Wunsch nach Abenteuer, Fahrspaß und Action. Der Offroad-Tourguide Pasquale ist Inhaber vom Tourenveranstalter Offroad-SSW in Ingersheim. Mit ihm geht es per Quad in die Westalpen. Michael Papst war mit Pasquale vom 3. bis 6. September 2015 unterwegs und geriet dabei ins Staunen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Abenteuerreise führte über Schotterpisten, alte Militärstraßen, durch Wasser und unwegsames Gelände. Gefahren wurde beinahe ausschließlich Offroad, steil aufwärts und mit stattlichem Gefälle bergab. Die Fahrten gipfelten auf 3000 Meter Seehöhe. Wunderbare Aussichten in malerische Landschaften brachten spektakuläre Fotomotive vor die Linse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In einer kleinen Gruppe mit vier Teilnehmern ging es fahrerisch anspruchsvoll unter sachkundiger Führung von Pasquale auf den Col de Sommelier. Anschließend gab es ein kulinarisches Verwöhnprogramm. Tags drauf führte Pasquale die Tourteilnehmer auf den Mont Chafro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Krönung des letzten Tages brachte der Besuch einer alten Kaserne hoch in den Bergen westlich von Badoneckia. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dank der kleinen Gruppe konnte auf das fahrtechnische Können jedes einzelnen eingegangen werden. Musik 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 Dank perfekter Organisation durch Pasquale Mizzitano als Guide waren auch die Rahmenbedingungen zur Zufriedenheit der Abenteurer, allen voran die Unterkünfte in Hotels und die Verpflegung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So war die Tour für Michael Papst ein voller Erfolg und wird den Piloten noch lange in Erinnerung bleiben. Auch im kommenden Jahr wird Pasquale wieder zu seinen Quad-Touren in die Westalpen aufbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020